Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich Willkommen zu neuen Manuel am Abend Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich stehe hier in meinem Garten. Ja, gehen wir mal da rüber. Seht ihr mich gerne? Und setz mich dann da mal hin. Kurz. So. So, hier sitze ich nun. Manuel am Abend, Freunde. Ja. Heute war es doch wieder warm. Ja, im Moment geht's. In der Sonne ist es natürlich sehr, sehr warm. Auch jetzt noch, aber ja, sonst geht's. Ich kann mich nicht beklagen. Ja. Dann mal schauen. Ja. So ist es halt. Neuer Tag. Neues Glück nicht. Ja. Ja. Und dann mal gucken. Ja. Wenn man so sieht, wie die Zeit hier vergangen ist, oder wo da noch die Wiese war, das waren so Zeiten, die vergisst man nicht. Aber auch viele andere Zeiten vergisst man uns, sag ich mal so. Bestimmte Zeiten, bestimmte Sachen, die man erlebt hat, oder wo man gewesen ist, oder was man erlebt hat. Ja. Ist halt manchmal so. Und ich verabschiede mich jetzt, hier mit einem anderen Abend. Macht's gut. Und ciao. Ciao. Ciao.